Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir waren im letzten Part wieder ein paar Low-Level-Bosse ärgern. Erstmal haben wir den Alters-Tunnel fertig gemacht, mit den beiden Crystallians als Endboss. Die waren noch nicht ganz so einfach, aber dann haben wir in Limgrave noch eine... Können Sie nicht durch die Karte schauen. Beim großen See, wo der Drache Agile ist, gibt es ja auch eine Mine. Und in der waren wir noch gar nicht drinnen. In der hier. Tunnel von Limgrave, da waren wir noch gar nicht drinnen. Ja, der war ziemlich easy. Zwei Night-Comments und der war erledigt. Ah ja, und hier ist, was ich im letzten Part gemeint habe, der Dolch zu holen. Hey, Koffe! Eisernes Schleifmesser gibt es ja auch. Und Miesericordia heißt das Ding hier. So, und da unten, ja okay, stimmt, man sieht das wirklich nicht so. Gut, mittlerweile nicht mehr, weil wir ja die Sachen schon gecoolt haben. Warum immer Boss, ja. Da unten ist... Genau da unten war der Boss. Okay. Damit haben wir auch das hier in Stormvale Castle erledigt. Da haben wir einen Crucible Knight. Der würde uns vermutlich noch immer den Arsch aufreißen. Da waren wir auch noch nicht, da können wir jetzt mal hinschauen. Da sollten wir erst mal da rauf gehen. Da unten ist, da unten. jemanden, der interessiert wird, um den großen Kenneth Hight zu retten. Sie hat die Wahrheit geholfen und erzelt... Ah, Sie haben mir Ihre Hilfe gebracht, haben Sie? Das ist... das ist sehr nett, aber... Nein. Die Hilfe ist sehr viel wertvoll. Auch von einem Tarnisht. Insofern, die Beziehung ist keine Präzise für die Wahrheit geholfen. Sie haben mich gehört. Kenneth Hight. Die nächste Reihe ist der rechtvolle Ruler von Limgrave. Jungen Tarnisht. Ich würde Sie haben. Ich möchte Sie zurück meine Forte. Sie liegt in der Süd, außerhalb der Mistwar. Ein Kommandor von Stormvale hat ihn genommen. Ein Föhr! Ein Plumband zu retten. Sie hat einfach mit Blond. Was sind Sie für das? Ein Besuch? Meine Forte liegt in der Süd, außerhalb der Mistwar. Sie hat ihn zurück. Oh, ich verstehe. Sie wünschen Sie den Herr. Fass nicht. Der große Kenneth Hight ist bekannt für seine große Größe. Die Feierungen werden sehr glücklich, während meiner Forte zu retten. Wollen wir schauen, ob das stimmt. Fünf Runen. Fünf Runen. Rune Bear. Normaler Bear. Ja, bei diesem Earth Tree hier gibt es keinen Earth Tree Avatar. Was sind Sie für das? Also. Halt. Ja, wir sind hier drückt. Ja, ja. Wir sind hier drückt. Warum nicht? Ja, da ist er sogar bereit für Geschäfte. Wegelagerer. Klar, dass keiner bei dem Geschäft vorbeikommt, wenn die hier draußen Wache halten die ganze Zeit. Ja, da ist er. Hallo, bringt mich zu eurem Boss. Okay, wir werden kämpfen. Dann kämpfen wir. Hm, die Mew-Menschen sind schon auf dem Weg hier, ja? Oh, die Ratten sind auch unterwegs. So, ready. Keiner mehr hier, okay. Auch gut. Da oben ist noch einer. Wow, nicht schlecht. Blutiger Schnitte, ja. Aber das kostet, glaube ich, auch selbst immer Leben, wenn man das einsetzt. Bin mir mal sicher. Da ist noch eine Ratte. Oh, tatsächlich, hier kann man hoch. Aber da ist nichts zu finden. Darunter kann man auch von hier. Hier ist nichts versteckt. Nichts hier. Die Festung ist zurück. Oh, was? Demi-Human-Queen. Was ist hier unten? ist hier unten was versteckt eigentlich? Nee. Geheimnis voraus? Eher nicht, ne? Gerne. Dann reporten wir mal zurück zu Kenneth. Runen mäßig. Oh, runenmäßig hat sich das natürlich für uns genau gar nicht gelohnt. Ah, ich bin waiting for you with baited breath. Geheimnis. Du hast es geschafft, mich zu retten, meine Fertig? Oh, excellentes Wunsch. Just wunderbar. Und die Nachtsdäck zu brechen? Well done, mein Freund. Well done, insofern. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead, it's all yours. Haha. Right then. Time for me to head to the fort. I have much to do. First, I'll have to reestablish communication with the Demi-Humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the earth tree, co-maintening with the Demi-Humans is made possible. Even the vulgar shall not be left behind, under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Hight, I'm not going to be left behind. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Ja, noble Ziele, hör da. Ah, yes. I, uh, I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erbtree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Very well, very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. You shall hold the ceremony for your night in there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erbtree blessed. That's what we will find out. I believe that the Demi-Humans are not so excited that they have their people and their Königin abgeschlachtet. Where are they? I can see no more. I can see you from the attack. What was with the fire? Let's see if we can do the damage without it, no to attack. Oh no. Er ist hier oben und am Boden zerstört. Ihn greifen sie komischerweise nicht an. Sie müssen es jetzt gesehen haben, ja? Ja? Die Söre-State von meiner Forte? Ja, es ist eine falsche Weise für eine Lande zu sein, zu sein, ohne einen Rührer. Sie muss sich finden, mit Haste, und nicht so sehr, Gottrich, sondern ein wahrer und Stalwart-Lord von der properen Lineage für die Reine von Limgrave nehmen. Ich bin sorry, dass Sie Ihre Hoffnung haben, aber ich habe nicht die Aufmerksamkeit, um Sie in der Nacht zu bringen, wie die Dinge stehen. Der großartige Kenneth Haidt benutzt seine ehrlichste Entschuldigung. Aber jetzt muss ich meine Suche nach Haste für einen wahrer und Stalwart-Lord der properen Lineage für die Reine von Limgrave nehmen. Das ist die Frage, hat er uns einfach verarscht und hat er das gewusst oder nicht? Aber interessant, dass es die Demihumans ihnen nicht angreifen. Ah ja, genau. Hier ist das andere Teil vom Deck des Metallian. Damit können wir jetzt hier den Aufzug verwenden. Auch wenn wir den jetzt nicht mehr brauchen, natürlich. Schön, dann haben wir auch das jetzt erledigt. Der Part ist auch gleich zu Ende. Wir könnten ja hier den Deathbird erledigen. Das sollte ja auch nicht so schwer sein. Leider gibt es keine Heiligzauber. Wer sonst? Oder? Naja, doch, brauchen wir schon. Brauchen wir schon, weil es ist erst Abend. Nichts, was wir brauchen. Oh gut, dass er noch da ist. Hier gibt es nämlich noch... Unter Umständen ist es was anderes. In der Nacht muss man bei so manchen Händlern aufpassen. So. Jetzt wird uns heute mal alleine auch fertig werden. Aha. Jetzt müssen wir wohl erst einmal aufräumen hier. Da können wir ja Deathbird. Oh Gott. Nein, erledigt dieser schon. Hm, easy. Okay. Dann versuchen wir uns vielleicht doch hier am Crucible Night. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass er uns einfach vernichten wird. Hey, der wird uns trotzdem einfach vernichten. Und ich habe auch keine Ahnung, wie wir das verhindern sollen. Aber der Part ist auch schon zu Ende. Weil der hat halt nur ein Schild und der weiß nur mit diesem Schild umzugehen. Und wenn der dann ein Schild hat, dann helfen unsere Zauber relativ wenig. Ich habe keine Ahnung, wie man am besten gegen Crucible Nights vorgeht, außer sie halt aus der Ferne einzudecken mit Zaubern oder so. Und so bis dahin geht dann wahrscheinlich das Mana aus. Gut, Freunde. Aber das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschau.